Mein Name ist Wolfgang Bammel. Ich kandidiere für den Rat der Stadt Sprockhövel im Wahlkreis 07 Pertesberg. Um unsere Stadt weiter voranzubringen, braucht Sprockhövel keine Träume, sondern Sachverstand und Fantasie. Ich engagiere mich in der Kommunalpolitik, weil ich Dinge verändern will. Ich will, wie bisher auch schon, für die Bereiche Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und für gute Schulen eintreten. Ich engagiere mich als Sozialdemokrat in Sprockhövel, um unsere Stadt lebenswert zu erhalten. Dazu gehört es, die vorhandene Infrastruktur zu pflegen und weiterzuentwickeln und auszubauen. Gemeinsam sollten wir das schaffen. Als Hobby betreibe ich meinen Garten und mein Gewächshaus.